So, ich hab erst einmal die Kamera geklärt. Hallo, zurück zu einem neuen Vlog. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr morgens. Ich hab viel zu wenig geschlafen. Ich hab gestern ja noch an meinen Vlog geschnitten und den schon mal hochgeladen. Das Internet war übrigens richtig gut. Also mein Video hat nur 10 Minuten gebraucht um hochzuladen. Das war schon mal ziemlich praktisch. Und jetzt gerade warten wir hier, dass alle sich versammeln. Und dann steht heute ganz schön viel Programm an. Ich weiß nicht mehr genau was alles, aber wir haben schon einen starken Zeitplan und werden viele Sachen sich trinken. Ich bin schon gespannt. So, wir sitzen jetzt hier beim Frühstück. Übrigens, so die ganzen Sachen, so wie Essen und Sehenswürdigkeiten, die wir halt alles noch sehen werden, werdet ihr dann auf meinem Hauptkanal sehen. Da werde ich dann noch richtig viel zusammensteigen. So, wir sind jetzt fertig mit dem Frühstück. Wir haben gerade noch schöne Bilder hier gemacht an der Brücke. Ich brauche später deine Kamera für eine Aufnahme. Ding? Also deine Slowmo-Kamera. Okay. Aber nur für eine Aufnahme. Aber nicht mal zwei. Aber ich weiß wie... Zwei. Eine geht doch. Aber nicht mehr. Ich weiß wie... Ich weiß wie... Zwei. Eine geht doch. Aber nicht mehr. Wir haben hier geklaut. Und zeig's euch jetzt mal. Start? Hä? Wenn YouTuber aufeinandertreffen. Alter ey, unsere ganze Ausrüstung hier. So, wir gehen jetzt hier in eine Moschee. Und da sollen wir natürlich ein Kopftuch tragen. Voll cool. Ich zieh mir jetzt noch was längere an. Der kann sich nicht sortieren. Der weiß nicht. Der weiß nicht. Komm war oder so. Ich kann's nicht sehen. Ich musste auch da halt noch ein Ding. Hey, gibt's da eine Remix da mit? Nein, aber es passt. Es hat voll gepasst. Ich mach... Kamerga. Wir passen zu dieser Musik. Okay, also wir sind jetzt gerade in diesem Grand Bar Sound. Es ist so richtig schön hier. Also, noch mehr Aufnahmen seht ihr da. Wie gesagt, alles immer auf meinem Hauptkanal. Und... Sammy hat sich hier... Yes, ich hab mit so'n... Ich hab mit so'n gut gehört. Also auch fest genannt. Jetzt mal auf. Wo ist das Ding? Ach, da. Es riecht ist hier voll schlecht. Ja, aber... Ist das richtig schön? Dann muss sie das Hände nennen. Wo das Ding ist... Ah, ja. Ah, nee. Das hab ich jetzt aber drangelassen, damit es so schön... Nein, wie mich bleibt. Come on. Looks good. Sie so'n Mini-Auslehen. Äh... Schon geil. Liebel, ich liebe... Deswegen hab ich sie ja auch auf diesem Objektiv. Welchen? Das hier. Ach so? Das ist ja auch ein Fischauge. Also auch nicht so, wenn es so nicht so krass ist. Aber nicht so krass ist. Ich hab das Ding runtergeschlirrt. Das war voll lecker. Nein, nein. Vor allem Sammy hat's so richtig locker getrunken. Ich dachte, das wär voll süß. Das hält sie gar nicht mehr auf. So, so gut. Trümfst du dich gerade? Ja, also... Ja, also... Ähm... Wir gehen jetzt zur blauen Moscheen, ne? Ja. Und... Uns haben wir gerade auch Zuschauer erkannt. Voll crazy. Voll der Zufall, ey. Liebe Grüße an euch, falls ihr das seht. Mist, wir haben nicht nach ihren Namen gefragt. Ja, stimmt. Oh, es waren zwei richtig süße Mädchen. Voll hübsch. Das waren Geschwister, gell? Ja, ich glaub auch. Auf jeden Fall... Es ist so warm heute. Gestern hatten wir richtig Scheißwetter und heute ist es übelst warm. Das würde so bleiben. Ich glaub, morgen wird jeder bewölkt. Mal schauen. Auf jeden Fall... Bin ich schon ein bisschen kaputt. Ich kann mir vorstellen, mit dem Schmerzen werde ich so lange laufen. Aber... Gleich machen wir auch, glaub ich, die Pause und dann gibt's Lunch. So, jetzt haben wir endlich eine Pause und essen was zusammen. Und die werden jetzt einfach so verschiedene Beilagen. Vorschweisen bestellen und nehmen die dann auch was... So nimmt halt jeder so... Was da drin. Ähm... Wie du machst... Sparachschüss... Und das ist eigentlich... Super cool. Ja. Dort hinter... Sammy und Ember seht ihr vielleicht Musch. Sieht so geil aus. Ja. Du hältst sie so... Du hältst sie so... Oh gut. Auf jeden Fall hat man hier voll eine schöne Aussicht. Und es ist einfach gerade eine schöne Aussicht hier. Schönes Wetter. Und heute haben wir echt Glück. Einfach alles sehr schön. Erstmal was essen. Ja genau. So und wir sind wieder unterwegs. Ember geht da. Ganz allein. Oh, hallo. Ja, ja, ja. Komm. Ich lasse die Kopf. Nehme Seifenblasen. Jetzt ist Ember mal hier im Mittelpunkt und ich die Seifenblasen. Oh. Oh. Kacke. Reißt du schon wirklich? Oh Mann, das sieht gar nicht so schön aus auf der Kamera. Aber es ist einfach so schön, wie die Sonne jetzt gerade untergeht. Und dann mit den Moscheen und so, mit der Silhouette, das sieht echt schön aus. Und jetzt... Schlau. 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 Hört sich denn ein Ding? Hat selber Oberteil, aber das weiß ja nicht so. Ja. Also machte darüber keine Gedanken. Okay. Aber du bist ja vom Tag, lieber. Ember macht die besten Bilder. Dankeschön. Ich verlinke euch übrigens mal seinen Kanal auch in der Infobox. Letztes Mal, als du verlinkt hast das Wissen auf die Fans, ist bei mir irgendwie Abobox explodiert. Ja. Und dachte so, hä, wer hat mich wo verlegt? Dann haben die Fans mir das gezeigt. Ja. Voll cool. Okay, warte mal. Boah. Einfach mal Spaß. Wir sind jetzt gerade an unserem Galata Tower. Und da seht ihr unsere Out. Richtig schön. Und ihr könnt das nicht sehen, weil es ja so dunkel ist. Haben wieder Essen bekommen. Wir essen die ganzen Tage nur. So, wir sind mittlerweile wieder im Hotel. Und jetzt gerade warten Ember und ich auf Sammy. Und dein Gott kommt. Ja, überhaupt nicht. Er lässt immer auf sich warten. Immer da. Ne, aber auf jeden Fall, ähm, wollen wir jetzt noch... Wollen wir jetzt noch... Wollen... Wo fahren wir jetzt? Also wir wollen Ebru treffen? Die bunter in Istanbul. Genau. Wir müssen rüber auf der Ersatzseite. Und da gibt es eine Bahn, die unter dem Wasser fährt. Und rüber fährt hier. Aber... Sieht man dann so das Wasser auf? Ne, das wäre voll cool. Aber die haben das nicht so geboren. Das ist eine Übelsteil, ey. Ich würde nicht so Aquarium fahren. Ja, genau. Aber ne. Ja. Wir haben es sehr wie eine... Du spürst gar nicht, dass es hier ist. So, schade. Das ist rüber. Ne, weil... Also wir haben jetzt heute kein Programm mehr. Genau. Und wir dachten uns halt, wir müssen zwei morgens wieder früh aufstehen. Aber... YOLO. YOLO, weil... Mein Gott. Wie oft bist du denn hier? Genau. Eben. Das ist mega. Okay. Wir sind jetzt... Was? Wir sind jetzt hier in so einer oberen Stadt. So... Ähm... Sieht so hier aus. Echt schick irgendwie. Voll edel. So... Wisst ihr warum? Weil immer, vorallem, wenn ich in der Türkei bin, denken alle, ich wäre eine Türkin, Und dann reden alle türkisch mit mir und generell reden oft Leute mit mir türkisch und sag ich mal so Ich kenne kein türkisch. Und wenn ich türkisch lernen würde, dann kann ich sie immer verarschen, dass ich keine Türkin bin, aber es trotzdem verstehe Ich liebe solche Teile Voll die schöne Aula, gell? Ja, hab ich auch schon gesagt. Sieht voll edel aus Das hier Kino da war's Ah, ich dachte, der läuft Ich kann es nicht lange Ich trau mich das nicht Pass auf Alter Alter Meine beide sind glaub ich zu kurz dafür, da müsste ich schon Spagat machen So, wir sind jetzt bei uns hier mal Da ist Ibro bei Kanäle Hey! Das ist einer der Großmütter YouTubes Babsbeauty ist ja grad bei uns, ich hab sie auch schon als Großmutter auf YouTube gesehen Wir hatten jetzt schon selber so Ingel Ibro mal die allererste YouTuberin, die ich geschaut hat War krass Aber jetzt nicht mehr Doch, doch Wo ich geschaut habe Genau Und dann wurde sie schlecht Ich kriege überhaupt gar nichts Ich muss ja so ehrlich heute Nein, aber wir haben uns jetzt Essen bestellt Mmmmm So Leute, ich bin jetzt im Hotel angekommen Ich red mit der Kamera Was? Ich red mit der Kamera Oh, ich werd hier echt bekloppt gerade Ja, haltet die Musik Es ist einfach mal direkt neben unserem Hotel Es ist hier so ein Club, der so laut Musik immer Ich hab das Gefühl, es kommt direkt neben unserem Zimmer Ist es? Ja, als ich in nem Flur vorher war, war es sogar richtig laut Es ist direkt nebenan Jetzt hat's aufgehört Jetzt ist es leiser Aber auf jeden Fall Ja, wir haben jetzt schon mittlerweile 2 Uhr Ich bin vor einer halben Stunde ungefähr angekommen Musste noch ein paar Sachen machen Und werd jetzt den Vlog nicht mehr schneiden Weil sonst krieg ich diese Nacht gar keinen Schlaf mehr ab Aber ich denke, hier besteht das Und ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bye!